yo karneval des untergangs wir müssen schauen wie wir hier den boy besiegen können den knuckles er sucht also ihr könnt euch irgendwas aussuchen ihn schießen lassen oder selber schießen beides klappt nicht ihr sagt ihn einfach ihr wollt an die frische luft dann öffnet sich hier hinten eine tür warum auch immer er hier hinten steht weil er mit dieser raumzeitdings da arbeitet man hat ja dieses draht den draht gesehen und dann geht er schlecht euch einfach an macht ihr einfach so kalt quasi war das so etwas art wie eine illusion das sheet funktioniert dieses mal ist der typisch spiele die partien noch einmal mit schackel nachdem wir jetzt nur noch eine möglichkeit haben geben wir ihnen halt einfach die kugel und schackel ist es gesiegt und ihr kommt eine buddopuppe ich weiß zwar noch nicht was sie bringt aber alles gut es ist dann und erbless